Welches ist dein Lieblingstierfilm? Mein Lieblingstierfilm sind zwei. Findet Nemo. Der Klaut. Und Moritz Klaut. Der ist so schlau. Und sind Sie noch an der Frage interessiert? Auf jeden Fall. Was ist dein Lieblingstierfilm? Was ist dein Lieblingstierfilm? Mein Lieblingstierfilm ist Das Dschungelbuch. Und Findet Nemo. Warum? Findet Nemo, finde ich, ist einfach eine geniale Geschichte. Wenn man in Nemo es mehr gefunden hat. Wenn man ihn gefunden hat, genau. Es ist eine wunderschöne Geschichte. Über Familie und Liebe und Freiheit. Ich muss jedes Mal weinen, egal wie oft ich den Dschungel geguckt habe. Und das Dschungelbuch ist einfach, ja, Balou ist mein Vorbild. Wenn es mir nicht gut geht, dann gucke ich Balou, wie er dieses Gemütlichkeitslied singt. Und dann geht es mir wieder gut. Wir müssen alle einfach etwas gemütlicher werden, nicht wahr? Danke schön. Danke, dass du mit uns am Set warst. Du bist ganz treu. Du auch. Du bist ganz treu. Du bist ganz treu. Du bist ganz treu. Vielen Dank.